Ich wollte sagen, es ist sehr angenehm, dass die Möhrenmusik fast in die ganze Welt hat. Unter anderem MLO auf Sizilien. Dort konnten wir drei Akkordionisten von der Strasse einladen. Wir haben dort drei Strassenmusikanten, die wir jetzt auf dem Akkordeon unterhalten. Viel Vergnügen mit den drei Harmonikas. Danke. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018